Ja, Bruder, machen wir immer bisschen Double Time. Ja, bisschen spontan. Wir wollen aber keinen Müll erzählen, wir wollen lieber über die Realität was erzählen. Und das in Double Time. Komm. Sie wollen meine Hände binnen meiner muslimischen Bruder nicht helfen lassen, während sie den blutigen Tränen weinen. Die Sonne scheint aus der Mörche zu und die Wunden reflektieren das Sonne. Ich glaube, wir suchen die Ewigkeit vor den Wahlen der Bomben und Raketen. Aus dem Himmel wir verstecken unsere Seelen unter dem Flügel der Engel. Diese Wüste, der Schreck ist der Amt, die von Scheiben in Kännern und Mütter vergewaltigt die Psyche des Menschen. Über die Jahre habe wir die Fresse gehalten, doch bis wohin? Sie sind bewaffnet mit Gewehren und Pistolen. Wie lange dauert das, bis sie auch noch mich holen? Krieg ich die Kurve? Denn diese verdammte Leben ist wieder schützend von den Mates, nicht ohne. Sie verstecken überall ihre scheiß Symbole und tötet durch das Ergebnis von Glucose. Damals haben sie die Juden verfolgt, aber heute sind diese Muslime auf der ganzen Welt. Hauptsache jeder von uns stirbt. Sie pflanzen in jedem Körper ein Virus, was uns zu Zombies macht und es wirkt. Egal, ob ihr Scheiße über mich erzählt, weil ich früher den Mist gebaut habe. Ich habe mich wirklich geändert, aber dieses Leideteil, die feststehen wird nicht schnellerat. Es wie die Gonzales. Ich sage, dass ich helfen werde, aber meine Kraft ist am Ende, doch nehme die ganze Kraft von einer Person. Meine Familie ist auseinandergegangen, doch die Liebe wird für immer und heftig leben. Wir bleiben im Boot. Jede, der mich verflucht, oder doch, hat die nie gehört. Ich komme, weil ich diese bundeschöne Musik nur für gute Zwecke mache. Sie können mich lieben und hassen. Ich werde diese Musik weitermachen, bis ich keine Lust mehr habe. Sie sind sch фильм völlig verflucht, oder doch, ist das Leideteil für dieses Leideteil. Nein, werde ich die coordinates hisgeen.